Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie eigentlich die ClickFix Montage funktioniert und wir somit auch den Lenkeradapter für zum Beispiel eine Fahrradtasche oder einen Korb hier vorne richtig befestigen können. Wenn du Bock da fährst, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe in meinem Fall einen Fahrradkorb und natürlich auch einen passenden Adapter dazu und diesen möchte ich jetzt gleich hier in der Mitte bei meinem Lenker einmal anbringen. Und da ist es übrigens auch egal, ob der Bordcomputer wie bei mir hier auf der Seite ist oder zum Beispiel auch hier in der Mitte sich befindet. Zuerst einmal müssen wir auf jeden Fall diese beiden Kunststoffbügel auf unseren Lenker von hier hinten nach vorne mal richtig drauf klipsen. Da unbedingt darauf achten, dass natürlich keine Leitung bzw. ein Kabel irgendwie dazwischen kommt. Das selbe Spiel können wir dann auf der anderen Seite auch machen. Falls es bei dir von der Größe her nicht passen sollte, ist das auch nicht schlimm, da der Hersteller normalerweise auch eine weitere Größe noch im Lieferumfang mit drinnen hat. Danach können wir dann auch schon unseren Adapter nämlich ganz einfach nehmen und diesen einmal mit diesem Click-Fix-Zeichen hier nach oben schauen und auch schon auf diese beiden Bügel hier ganz einfach von vorne drauf geben. Bevor wir den Adapter weiter befestigen, würde ich auf jeden Fall diesen mal noch mittig ausrichten, dass er hier passt. Schaut auch gut aus und dann sollten wir mal noch unsere Bügel hier kontrollieren. Ich habe zum Beispiel hier etwas Spiel, bedeutet etwas Luft und mein kleinerer Bügel, der passt hier aber auch nicht auf den Lenker drauf. Was einfach bedeutet, wenn ich ihn jetzt weiter festmache, würde er mir später trotzdem relativ sicher immer wieder nach unten hier wegrutschen. Deswegen am besten einfach mal den Adapter noch einmal herunterziehen und in meinem Fall werde ich da jetzt einfach solche Kunststoffplatten, die ich mir hergeschnitten habe, mal zwischen den Lenker und diesen Kunststoffbügel hier dazwischen geben. Natürlich könnte man zum Beispiel auch irgendwie einen Dämmstreifen dazwischen machen. Das macht jetzt auf jeden Fall einen viel stabileren Eindruck und nun geht es darum, dass wir einmal vier von diesen schwarzen mitgelieferten Schrauben in unsere Bohrungen, zwei Stück auf jeder Seite, jeweils hier ganz einfach schon mal hineingeben und danach mit einem passenden Schraubendreher schon relativ straff festdrehen. Wenn auch das passt, benötigen wir mal zwei von diesen Sechskantnippeln und da sollten wir erst einmal schauen, dass wir diese Schraube hier so weit gegen den Uhrzeigersinn rausdrehen, dass die Bohrung auch komplett frei ist. Im nächsten Schritt am besten einen passenden Imbusschlüssel zur Hand nehmen und dann müssen wir darauf achten, dass diese Sechskantbohrung auch auf jeden Fall nach oben zeigt und wir können das Ganze auch schon von hier vorne mal in die entsprechende Öffnung hineingeben. Mache das selbe Spiel natürlich auf unserer anderen Seite genauso und wir können auch schon unseren Seilzug richtig anbringen. Hierfür müssen wir diesen einfach mal unter den Vorbau vom Lenker hindurch fädeln und dann können wir das Ganze auch schon vorne über den Lenker ganz einfach drüber geben und schauen, dass wir es hier hinten bei diesen zwei Sechskantnippelbohrungen auch schon von oben hindurch geben können. Falls sich dein Bordcomputer in der Mitte befindet, kann es auch Sinn machen, dass wir diese beiden Seilenden auf jeden Fall mal unter den Bordcomputer hindurch fädeln, da das Seil natürlich später auch noch fest angezogen wird und somit der Bordcomputer eventuell sogar von außen zusammengequetscht werden könnte. Außerdem müssen wir natürlich darauf achten, dass sich wieder keine Kabel zwischen dem Seil und dem Lenker befinden. Unsere beiden Seilenden kann ich jetzt schon mal auf beiden Seiten gleichmäßig anziehen, dass sie auch in etwa gleich weit rausschauen und wir sollten unbedingt darauf achten, dass der Adapter jetzt halt leicht nach oben schaut. Bedeutet, der sollte jetzt nicht ganz gerade sein, da er später beim Anziehen nochmal etwas weiter nach unten geht. Wenn diese Seilenden dann gleichmäßig rausschauen, können wir auch schon eine Seite mal mit unserem Imbusschlüssel hier ordentlich quetschen. Und das andere Seilende kann ich dann auch schon mit einer Zange mal relativ straff ziehen und währenddessen natürlich mit der anderen Hand auch wieder unsere Schraube hier festdrehen. Der Adapter sollte danach auf jeden Fall bombenfest sitzen, bei mir bewegt sich da nichts mehr, weswegen ich auch mal meinen Korb bzw. meine Tasche hier herholen kann. Danach muss ich das Ganze einfach mal hier oben etwas drauf geben, nach unten fest klicken. Durch das Klicken hört man, der Korb sollte auch schon fest sitzen, bei mir schaut das wirklich super aus und danach zum Lösen könnte ich einfach mal hier oben diesen roten Knopf noch drücken und kann das Ganze auch schon wieder ganz einfach entfernen. Und somit haben wir jetzt auch schon so einen Klickfix Lenkeradapter richtig montiert. Wenn du dir für zu Hause übrigens auch so einen Lenkeradapter, eine passende Tasche in den verschiedensten Varianten oder natürlich auch einen Hundekorb zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.